Es besteht eine ganz klare Empfehlung dazu, dass eben Krebspatienten und Patientinnen sich impfen lassen sollen, weil die Impfung erstens mal wirksam ist bei den allermeisten Patienten und gleichzeitig auch sicher ist. Also es gibt ja kein Problem mit der Impfung, sie führt nicht zu vermehrten Nebenwirkungen oder so. Daher ganz klar die Empfehlung, sich impfen zu lassen. Es ist so, dass aktuell in der derzeit gültigen Fassung der Verordnung tatsächlich Krebspatienten und Patientinnen die Möglichkeit haben, sich von der Impfpflicht befreien zu lassen. Allerdings heißt das nicht, dass sie sich nicht impfen lassen sollen, sondern ganz im Gegenteil, sie sollen sich impfen lassen. Es ist ja zum Beispiel auch so, dass ich gesetzlich nicht dazu verpflichtet bin, eine Haube im Winter zu tragen, es aber trotzdem machen werde, um mich vor Erkrankungen zu schützen, nämlich Ohrenschmerzen zu schützen. Warum wurde die Impfpflicht für Krebspatientinnen aufgehoben? Also es ist jedenfalls nicht evidenzbasiert in dem Sinne, dass irgendein Problem mit der Impfung besteht bei Krebspatienten. Noch einmal, die Impfung ist wirksam und sicher bei Krebspatienten und daher auch allen Krebspatienten empfohlen. Was jetzt die konkreten Gründe sind, warum man sich dazu entschieden hat. Ich muss sagen, ich bin selbst nicht in diesen Entscheidungsprozess eingebunden gewesen, sondern eine politische Entscheidung. Bei welchen Krebsarten haben Patientinnen ein besonders hohes Risiko für schwere Covid-Verläufe? Es gibt unter den Krebsarten solche, die haben ein besonders hohes Risiko für schwere Covid-19-Verläufe, zum Beispiel Lungenkrebs. Es gibt auch Krebserkrankungen oder beziehungsweise Therapien für bestimmte Krebserkrankungen, die die Immunantwort unterdrücken. Manche Patienten und Patientinnen mit Lymphomen oder Leukämien, also Krebserkrankungen des Blutes, des Immunsystems, kriegen Therapien, die das Immunsystem so schwächen, dass sie schlechter eine Impfantwort ausbilden können. Aber auch bei denen geht man davon aus, dass zumindest ein gewisses Maß an Impfschutz entstehen kann. Meistens ist da die Diskussion, wie man die Impfung in Relation zur Therapie am besten timet. Manche Chemotherapien werden regelmäßig gegeben, zum Beispiel als Infusionen alle drei Wochen, und da ist es wahrscheinlich nicht so ratsam, just am Tag der Therapie, der Chemotherapie die Impfung zu geben oder am Tag davor, weil wenn Nebenwirkungen auftreten, dann könnte es natürlich störend sein. Also versucht man da eher einen Abstand zur tatsächlichen Chemotherapieverabreichung zu haben. Oder auch natürlich, wenn eine Operation ansteht oder eine Strahlentherapie, muss man das für jeden einzelnen Patienten diskutieren, wann der beste Zeitpunkt ist zu impfen. Aber generell gilt zum frühestmöglichen Zeitpunkt, dass man halt möglichst bald den Impfschutz aufbauen kann. Haben KrebspatientInnen andersartige Impfreaktionen? Nein, das haben wir selber auch untersucht in einer aktuellen Studie. Die Nebenwirkungen unterscheiden sich nicht zu denen, die wir bei gesunden Personen sehen. Also da gibt es keine besonderen Dinge, auf die wir aufpassen müssen.